Da kann ich jetzt mal endlich Klautus töten, also. Tauchen Sie in eine Gruppe unter. Paola. Da noch. Ja. Da. Bla bla. So, man kann auch in Gruppen von Zivilisten untertauchen, okay? Hab ich. Gut. Das war einfach. Tauchen Sie unter, um für die Wachen unsichtbar zu werden? Schon klar. Obwohl, hier untertauchen ist ein bisschen unlogisch, weil da sind ja hier Mönche oder da immer und ich bin Assassiner. Auf eine Bank. Komm, ich will untertauchen. Ich will untertauchen. Ich will untertauchen. Ach. Was hat denn so verstanden? Nix. Idiot. So. Wo geht's hin? Lalalalala. Oh fuck. 10.000 Wachen mal wieder. Kann ich mal hier rein? Ach, halt die Klappe, Mann. Oh. Wenn ich, wenn ich schnell... Oh, Schatze. Oh fuck. Lalalalala. Alter, ich will untertauchen. Meine Fresse. Scheiße. Ich bin am Arsch nun mal so. Ich hätte jetzt nicht, äh, diese ganzen Wichser hier berauben sollen. Mann. Fuck it. Helft mir. Scheiße. Oh nein. Ja, ich hab's verkackt, oder? Alter, fickt euch. Ich hab's verkackt. Ja, sie hab's verkackt. Boah, weil... Rollinge sind erbitterte Kämpfer geschützt durch eine mächtige Rüstung. Ja, das ist mir schon klar. Okay. Doch unbewahrt. Wir müssen lang unterzutauchen. Ja... Ich darf nicht schnell gehen, ich todtel. Weil dann plüntere ich welche... Und dann bin ich im Arsch. So, zack. Tag auf. Komm. Ich hab's. Okay. Mann, Mann, Mann. Aber, das können wir uns merken, wenn wir schnell gehen und dann... ...zu irgendjemandem stoßen oder so. Dann... ...berauben wir den. Gut zu wissen. So. Wo ist denn die Bank? Hier. 10.000 Wachen hier. Mann, Mann, Mann. Hallo, bitte. Tauch unter! Hä? Shit. Oh. Das war knapp. Lalalalalala. Komm schon. Lass mich rein. Fucked. Bei welchem Himmel kann ich mich untertauchen? Keine Ahnung. Hier. Okay. Okay. Jetzt schnell. Komm. Go, go, go. Keinen ausrauben auf gar keinen Fall. Hier sitzen. Sehr schön, das läuft. Oh, Mann. Ich bin episch. Ach, halt die Klappe. So, komm. Nein! Fucked. Oh, fuck. Das kann nicht sein, Mann. Wie kann ich diese Missionen so schnell, so oft verkacken? Weil ich einen aus Versehen... Ich hab einen aus Versehen, äh, ähm, äh... Ja, berührt und dann hab ich ihm das Geld geklaut. Verschissene Mann. Gemeinschaft ist Diskretion an. Wir müssen uns frei bewegen. Wir singen, doch unbekannt. Jaaa... Wir müssen lernen, unterzutauchen. Und eins zu werden mit den Menschenmenge in der Stadt. Meine Mädchen fragen euch nicht. So, hab's. Komm, gehen wir. Mann. Das muss ich jetzt packen, das kann ja nicht sein. Zweimal schon... So eine einfache Mission eigentlich. Easy eigentlich einfach. Zweimal schon diese Kacke verkackt. Diese Kacke verkackt ist auch geil. Komm. Und den kann ich untertauchen. Okay, sehr gut. Salve, come sta Madonna Francesca? Ja, kannst du mal kommen? Scheiße, ey. Okay. Gut, okay, ich warte jetzt mal hier. Was geht ab? Boah, ein Psychoblick, der Typ. Alter. Scheiße. Weg. Komm, kann ich irgendwo... Ja, sehr schön. Auf keinen Fall schnell gehen, weil dann sind wir sowieso wieder am Arsch. Komm schon. Wohin? Okay. Jetzt läuft's besser. Habe ich das Gefühl. Komm schon. Ach, halt die Klappe. Ja, ja. Was macht der? Irgendwann klopfen wir, ist auch geil. Komm, wohin? Geh ich noch richtig? Okay, ich kann die ganze mit denen zusammen mitgehen. Ja, super. Habe mir das hier mal vorgesagt. Wohin? Ich bin... Alter, einfach einmal herumgegangen, dass ich das kann, oder was? Oder? Tatsächlich. Ich glaub halt nicht. Einmal herumgegangen, dass er... für eine Übung, oder was? ... ... ... ... ... ... ... ... ... oder? Komm Paola, sag an. Ja, jetzt sind wir hier. Oh Mann. Einfach war es eigentlich nur, ich habe es heute einmal verkackt, ich trüttel. So. Das habe ich schon. Das habe ich schon mitbekommen. Ja, ich weiß. Danke, danke. Sie, Robert? Nein. Fliehen Sie nach einem Diebstähl, um nicht erwischt zu werden. Ja, super. Ich habe doch. Ich habe doch hier gerade bestehlt. Was ist denn die Scheiße jetzt? Habt ihr noch was? Ja, okay. Gut. Ja, was zum... Kann ich die auch? Ja, die, auch die übersitzen kann ich nicht bestehen. Ah, aber hier sind auch 10.000. Sehr schön. Okay. Oh, fuck. Scheiße, kann ich nicht hoch. Alter, verpiss dich, Mann. Da, hier kann ich mir gar nichts. Ja, wer kommt hier hoch, ne? Vollidioten. Ist hier was? Ah, so, ja, die Mission. Sama! Fick dich, Mann. Hey, I kill you. Come. Let's try it. Alter. Keine Chance. Keine Chance. Was? So, das war's. Haben die gar nichts? Also, die habe ich ja schon beraubt, genau. Gut. Wir können jetzt gehen. Ach, müssen wir denn gehen? So, Entschuldigung, der ist süß. Jetzt wisst ihr, wie ihr euch euren Feinden nehmt. Nun müssen wir eine passende Wache finden. Was würdet ihr mir erwarten? Ah, ihr kennt die Antwort doch bereit. Hey, meines Vaters Klinge und Armschutz. Wie bekamt ihr sie? Ha, 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 ha. Indem ich die Dinge einsetze, wie ich euch möchte. Nicht gerade in einem guten Zustand. Ich nehme an, ihr Fing, Leonardo da wünsche. Sieg. Aber was hat jetzt dein Maler damit zu tun? Er ist weit mehr als da. Fällt mir die Teile. Geht's gut. Bevor ich gehe, eine letzte Frage, wenn ich darf. Natürlich. Warum habt ihr mir so bereit für dich eurer Hilfeangebot, allen Fremden? Auch ich den Verrat. Na dann. Erstmal Leonardo in seiner Werkstatt besucht und da vielleicht Giovanni das Klinge reprägen kann. Perfekt. Aber was kann denn Leonardo noch alles? Also ich mein, Maler ist ja so ein Epischer mit Mona Lisa und so weiter. Und reprägen kann er auch Sachen. Mann, Mann, Mann. Nicht schlecht. Nur wie ich sagen. So was, um meiner angehörten Gruppe den Gefehl warten zu geben. Achso, ja. Bla bla bla. So. Ich hoffe, jetzt bekommen wir endlich unsere Klinge, damit er auch, wow, lautlose Kills endlich mal machen kann. Das wäre natürlich episch geil. Ey, Leute, was geht ab? Diebe, ja, bleh. So, viel Spaß. Gut. Mhm, ich bin episch, lieber Kollege. Tja, hier bin ich eindeutig falsch. Das hier ist noch gar nicht freigeschaltet. Hä? What the fuck, wo muss ich denn hin? Aha. Okay. Ich muss in die Stadt rein. Sozusagen. What the fuck me. Scheiße. Ich muss untertauchen, komm. Okay. Also ich glaube, mit normalen Sprinten, also mit normalen so gehen, wie ich jetzt gehe, äh, da glaube ich, da glaube ich keine. Ich glaube, du beim Schnellen gehen. Okay. So, heilen, ja, heilen mich, danke. Das war's. Komm jederzeit wieder. Jo, thanks. Oh fuck. Und weg. Halt die Klappe. Shit. What? Hau ab. Wow, 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 wow. Oh fuck, sind hier viele, Mann. Was geht denn ab? Alter. Häng halt! Boah, Ezio, du bist auch ein Bob. Abhauen. Abhauen. Scheiße. Komm schon. Ach, Klappe. Okay, sicher. Mann, Mann, Mann. Puh. Komm schon. Oh, bin ich froh, wenn ich endlich die Klinge hab, dann kann ich wenigstens alle mal ein bisschen leise erledigen. Das wird schön. So. Oh, fuck. Okay, ich dachte, jetzt geht's ganz, jetzt geht's ganz, 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 ganz tief runter. Aber nee, hatte ich Glück. Hatte ich Glück. Äh. Hä? Wenn hier der Arzt ist, dann gehe ich hier hin. So. Ja, das ist doch, das sieht besser aus. Shit. Ich war in der Brunschel, sie brachen, greifen sie sich an. Ah, jetzt bin ich genau hier, wo die 10.000 Feinde sind, also Bob. Scheiße. Ganz ruhig, bisschen schnell gehen. Komm schon. Du siehst mich nicht mal. Fuck. Ich mach gar nichts hier um, okay? Ich geh nur hier spitzig. Bis zum nächsten Mal. Ich geh nur hier andet. Ich geh nur hier an. Vielen Dank.